Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne zeigen, wie ihr immer wieder bis zu 300 Dollar mit nur einem einzigen Artikel als Blogger verdienen könnt. Wie man das Ganze macht und welche Möglichkeiten es gibt, so viel Geld zu verdienen, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Übrigens, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonnieren könntet. Ein Button dazu befindet sich unter diesem Video hier. Schon mal vielen, vielen Dank im Voraus. Ich denke, ihr wisst langsam, dass ich relativ akribisch bin, was Online-Einkommensströme angeht und dass ich grundsätzlich immer mir alle möglichen Notizen mache. Und ich habe über die letzten Jahre viele Dutzend unterschiedliche Plattformen herausgefunden, über die ihr als Blogger Geld verdienen könnt. Und ich würde euch gerne heute mal sieben unterschiedliche Plattformen vorstellen, die derzeit nach Bloggern suchen und die vor allen Dingen auch richtig, richtig gut zahlen. Und wo ich selbst für geschrieben habe oder wo ich weiß, dass andere Leute bereits für diese Plattform geschrieben haben und damit Geld verdient haben. Übrigens, heute auch mal, und ich weiß, das wünscht ihr euch immer, ich habe jetzt endlich mal all die Links aus dem heutigen Video auch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, falls ihr das ganz interessant findet, dann geht einfach in die Videobeschreibung rein, klickt auf die Links und dann werdet ihr genau zu diesen Möglichkeiten hier weitergeleitet. Also, heute soll es mal um unterschiedliche Möglichkeiten also gehen, wie ihr als Blogger Geld verdienen könnt. Einige von diesen Blogs suchen nach deutschen Autoren, andere von diesen Blogs suchen auch nach englischen Autoren. Das heißt, wenn ihr eine von beiden Sprachen sehr gut könnt und dementsprechend auch gut schreiben könnt, dann wie gesagt könnt ihr hier einiges an Einnahmen erzielen. Fangen wir direkt mit der ersten Plattform an und hierbei handelt es sich um Scotch. Scotch ist eine Plattform, die vor allen Dingen im Bereich IT ist. Zum Beispiel hier sehen wir die Hashtags React oder VUE oder zum Beispiel Angular, JavaScript, Node und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du dich, sag ich jetzt mal, mit dieser Nische hier auskennst und du möchtest Geld verdienen, dann kannst du dich jederzeit hier melden. Wie gesagt, Link zu dieser Seite hier ist auch in der Videobeschreibung drin. Und das Schöne ist, du kriegst 150 Dollar pro Artikel. Natürlich haben die einige Qualitätsansprüche, das heißt, ihr könnt einfach nicht nur irgendeinen Artikel hier einreichen, sondern die arbeiten erst mit euch zusammen. Die wünschen sich einen bestimmten Artikel, zum Beispiel zum Thema JavaScript oder zum Thema Node oder Laravel oder welcher Plattform oder welchem Tool auch immer, meine ich. Und anschließend dann kriegt ihr, wie gesagt, dieses Geld hier ausbezahlt, das heißt 150 Dollar pro Artikel. Wie ihr aber hier oben schon sehen könnt, werden gerade mal 10% der Applicants angenommen, das heißt 10% der Bewerber werden angenommen, 90% werden abgelehnt. Sie suchen wirklich nur nach den Besten der Besten. Das heißt, wenn du glaubst, dass du zu den Besten der Besten gehörst, dann bewirb dich hier auf jeden Fall. Und auch wenn du übrigens nicht glaubst, dass du zu den Besten gehörst, bewirb dich, weil es kann natürlich gut sein, dass sie dich vielleicht für super halten und dementsprechend dich dann auch annehmen. Ich würde mal gar nicht so kritisch mit mir selbst sein, sondern es einfach mal hier probieren. Okay. Dann, wer wird eigentlich akzeptiert von dieser Plattform? Da gibt es so ein paar Dinge, die auf jeden Fall wichtig sind. Nämlich zum einen, ihr solltet natürlich tolle Artikel schreiben können. Ihr solltet qualitativ hochwertige Artikel schreiben können. Ihr solltet vor allen Dingen auch schon, sag ich jetzt mal, Erfahrung haben. Ihr solltet keine Spelling Errors mehr drin haben, das heißt keine Fehler mehr drin haben und natürlich auch, ihr solltet eine Leidenschaft dafür haben, Leuten etwas beizubringen. Nämlich diese Artikel, die ihr hier über Scott schreibt, sind vor allen Dingen halt Artikel im Bereich der Online-Bildung. Das heißt, es geht darum, nicht unbedingt zu schreiben, ob jetzt React gut ist oder nicht oder für was man das verwendet oder nicht, sondern ganz detailliert zum Beispiel in das Thema reinzugehen, den Leuten etwas beizubringen, Applikationen beizubringen und so weiter und so fort. Dann, die nächste Plattform ist diese hier namens Polygon. Ich denke, einige von euch kennen sicherlich schon Polygon. Es ist vor allen Dingen halt eine Seite in der Gaming-Nische, sag ich jetzt mal. Und wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, viele Videospiele spielt und ihr möchtet einfach über diese Videospiele berichten, dann könnt ihr jede Zeit für Polygon schreiben. Natürlich auch hier wieder, klar, es kann gut sein, dass ihr nicht angenommen werdet. Polygon sucht soweit, ich weiß auch bilingual oder, sag ich jetzt mal, multilingual, wenn das überhaupt ein Wort ist, praktisch nach Autoren, nämlich zum Beispiel halt auch deutsche Autoren, englische Autoren und so weiter und so fort. Das heißt, wenn euch das Ganze interessiert, klickt, wie gesagt, gerne auf den Link in der Videobeschreibung. An sich, wie gesagt, Polygon publiziert Artikel in allen möglichen Bereichen, aber vor allen Dingen im Gaming-Bereich. Und wenn ihr euch damit auskennt, beziehungsweise zum Beispiel eine gute Review zu einem Spiel schreiben könnt, dann, wie gesagt, könnt ihr euch hier jederzeit melden und dann auch über die Plattform Geld verdienen. Dann, die nächste Plattform, die ich schon mal in einem meiner anderen Tutorials vorgestellt habe, wo ich auch selbst für geschrieben habe, wo ich auch selbst mit Geld verdient habe, ist die Medium Open Paywall. Nämlich, wenn ihr auf Medium euch anmeldet, könnt ihr praktisch einmal kostenlose Artikel schreiben, das heißt Artikel, die jeder kostenlos einsehen kann oder Artikel hinter der sogenannten Medium Open Paywall. Und wenn ihr dann praktisch einen Artikel auf Medium publiziert und diesen hinter die Open Paywall packt, dann passiert folgendes, nämlich nur die Leute, die tatsächlich einen Premium Medium Account haben, können dann diese Artikel einsehen. Und für jede Person, die den Artikel einsieht oder die zum Beispiel einen Club hinterlässt, also die praktisch klatscht oder zum Beispiel halt einen Kommentar hinterlässt oder was auch immer, kriegt ihr einen bestimmten Centbetrag. Und wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, eine Person, ich glaube, der Plan müsste immer noch sowas wie 5 Dollar oder sowas im Monat kosten, wenn zum Beispiel nur eine einzige Person im Monat tatsächlich auf deinen Artikel kommt und diese Person geht nirgendwo anders hin auf keinen anderen Artikel, dann erhältst du den kompletten Share von der Mitgliedschaft, die Medium an die Creators auszahlt. Das heißt, nehmen wir beispielsweise an, jetzt Medium würde 50% ausbezahlen und das wären also 2,50 Dollar pro Monat und diese Person würde nur deinen Artikel lesen und keinen anderen, dann würdest du halt die 2,50 Dollar bekommen. Und das, wie gesagt, ist das ganz interessant an Medium. Du brauchst keine gigantische Following übrigens über Medium, um über Medium Geld verdienen zu können, weil nämlich der Medium-Algorithmus ein bisschen anders funktioniert, nämlich die Artikel gehen nicht einfach nur auf die Seite online und werden dann von der Crowd gefunden, sondern es ist eher so, dass es praktisch auch ein Team, ein Editor-Team von Medium gibt, dass sich dann die Artikel anschaut und wenn die zum Beispiel deinen Artikel für gut befinden, dass sie dann diesen Artikel zum Beispiel auf die erste Seite drauf tun oder in eine bessere Position bringen, sodass mehr Leute diesen Artikel tatsächlich auch lesen können. An sich meine große Empfehlung, wie gesagt, Medium Open Paywall. Da könnt ihr übrigens auch auf Deutsch bloggen. Da ist die Zielgruppe noch nicht ganz so groß, wird aber definitiv auch größer. Das heißt, Englisch, Deutsch, auch andere Sprachen gehen hier definitiv. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens WhatCulture. WhatCulture ist praktisch einfach eine Plattform oder wieder ein Magazin, das halt unterschiedlichste Artikel publiziert, vor allen Dingen zu Kreativthemen. Und wenn ihr kreativ seid und ihr könnt, wie gesagt, auch gute Artikel schreiben, könnt ihr euch hier jederzeit melden. Also wenn ihr euch auskennt, zum Beispiel mit dem Thema Film, TV, Gaming, Sport oder irgendwas anderem, dann könnt ihr halt hier das Geld bekommen. Es sind derzeit leider nicht ganz so gute Konditionen, nämlich 1500 Wörter und ihr kriegt dafür, soweit ich das weiß, weil ich mit ein paar Leuten gesprochen habe, 30 Dollar pro Artikel, also praktisch 30 Dollar für 1500 Wörter. Ist wie gesagt okay, geht aber sicherlich besser. Auszahlung erfolgt via PayPal und ihr könnt euch hier auch sicherlich auf die Plattform verlassen. Ich kenne die ganz gut und kenne auch ein paar Creators, die dort tatsächlich arbeiten. Und dann die nächste Plattform ist diese hier namens International Living. International Living ist eine Plattform, eine Zeitung, die vor allen Dingen halt relevant ist für die Leute, die schon mal im Ausland gelebt haben oder die halt viel Zeit im Ausland verbringen. Hier werden leider nur englischsprachige Autoren gesucht. Das heißt, nehmen wir beispielsweise mal an, du hast bereits schon im Ausland gelebt, sagen wir mal wie ich, in den Vereinigten Staaten und in China für längere Zeit oder du bist zum Beispiel viel im Urlaub und du hast ein bestimmtes Reiseziel, wo du immer wieder hingehst oder vielleicht kennst du dich einfach mit vielen Ländern aus, dann suchen die hier wirklich nach Leuten wie dir. Hier geht es dann vor allen Dingen halt darum, Artikel zu schreiben über diese Orte und praktisch davon zu berichten, wie es zum Beispiel dort ist, sag ich jetzt mal dort zu leben oder das Essen oder was auch immer. Und damit, wie gesagt, kannst du hier Geld verdienen. Dann eine weitere Plattform auch nochmal im IT-Bereich ist diese hier namens Sidepoint. Sidepoint zahlt richtig, richtig gut, nämlich sie bezahlen bis zu 300 Dollar für einen einzigen Artikel und 150 Dollar normalerweise für einen Artikel und 200 Dollar für ein Tutorial. Damit ist natürlich dann praktisch ein, also in manchen Fällen gibt es einmal ein Video-Tutorial, es gibt auch ein Tutorial in Form von Text und dann zum Beispiel ein Screenshot, dann wieder Text, Screenshot und so weiter und so fort. Und hier haben wir zum Beispiel so ein paar Themen, über die halt man schreiben kann hier auf der Plattform, zum Beispiel CSS oder zum Beispiel HTML und so weiter und so fort. Das heißt, das sind praktisch Themen, die für die Plattform hier relevant sind. Das heißt, damit müsstet ihr euch auf jeden Fall auch auskennen. Aber 300 Dollar für einen einzigen Artikel ist schon ziemlich ordentlich und gerade bei größeren Projekten kann es auch mal sein, dass ihr 450 bis 600 Dollar pro Monat bekommt. Zum Beispiel hier, if you provide us three articles or tutorials per month, that could be anywhere from 450 to 600 Dollars. Ich weiß aber auch, dass es praktisch größere Projekte gibt, wo du da nochmal ein bisschen mehr bekommen kannst. Aber 150 Dollar für einen Artikel oder 200 Dollar für ein Tutorial ist schon wirklich, wirklich gut. Und dann die letzte Plattform, die ich euch gerne zeigen möchte, ist diese hier namens Great Escape Publishing. Und hier handelt es sich auch mal wieder um eine Travel-Plattform. Das heißt, wenn du viel reist und zum Beispiel halt aus anderen Ländern, sag ich jetzt mal, Fotos hast und vielleicht Erfahrungen gesammelt hast, kannst du hier halt auch jederzeit deine Dienstleistung anbieten, kannst dann für die Plattform hier schreiben und damit Geld verdienen. Ich habe mich, wie gesagt, all diese unterschiedlichen Plattformen in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentarsektion rein. Und übrigens auch in der Videobeschreibung befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns ein gemeinsames Coaching buchen könnten. Gut, das war es dann heute hier für dieses Video. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonnieren könntet. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem oder anderen Videos wiedersehen können.